Wie hast du die Base sich beruhigt? Wenn du in der Raptor bist... Dann geht die wieder los, ey. Das Stück. Alles kriegt's? Habe ich? Nice. Die Auge gefällt mir auch. Da hinten noch ein Stein. Alter, wie krass denn ich gestorben bin? Digga, wie schnell... Schade, Alter. Achso. Bei der Challenge hat er uns dort noch, ne? Ich hätt mich verkrochen, Alter. Naja, ich hab gesehen. Jetzt wird der auch schon aufsehen. Letzter ist auch noch da. What? Hinterm K war der. Ich glaub, der ist links oben jetzt. Bin mir nicht sicher. Nein. Digga, die Schaufe liegen ist halt so okay, ne? Ja. Für den kurzen Auge gefreut bin ich nicht sicher, ob er rechts kommt oder da. Weiß ich halt so rechts alles ausgespielt hat. Richtig links. Nichts. Einer von hinten. Ja, einer von hinten. Mitte gepusht. Bein rechts. Meter. Meter. Nice. Weiß. 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 Bei Alia, F.A.U. den. Oh, alter krass. Nice. Mein erster Sniper-Digger. ist ja krass wo ist er wo ist er ah er ist links er hält es nur ab was der ist noch drauf er ist gleich wo er gelaufen er ist gleich wo er gelaufen ah der geht gleich zur flagge wow er hat auch die klebe gewohnt er hat die klebe gewohnt das war ein guter blick von ihm ja man ich habe ihn einfach nicht getroffen mit bitte Moskito Augen weggelasert hihihi 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 ich habe angeblich nicht geschossen digga in der Mitte am Container ich habe angeblich nicht geschossen digga das war schon wieder leicht kritisch hihihi 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 vor links außen hihihi was er liegt sich hinten auf die street digga naja da wo er nicht einfach ab zu trinken kann hihihi 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 Vielen Dank.